Ich liefere das Baubrundstück, Sie kümmern sich um die Subvention. Fälschen Sie das Gutachten! Du wirst Mertenswog gehen lassen, ja? Ja, nur deshalb habe ich den Job doch angenommen. Warum sollte dir Burrito bei deinen Seitensprung verzeihen? Weil ich den Staatssekretär in den Knast bringe. Bitte, was? Du musst das stoppen? Deshalb ist das hier genau das Richtige für dich. Eine kleine Ablenkung. Gut, aber nur wenn du mitkommst. Ja, ich muss leider ins Schneiders. Die zweite Karte ist für Frank. Was? Für mich? Ich habe extra ein Konzert sausen lassen, habe meinen Mann und meine beste Freundin hingeschickt. Und jetzt gibt es gar kein Problem. Darf ich bitten? Einen Tanz. Da ist nichts dabei. Nie überürde ich noch meinen Namen. Das war's. Lieben, uns da verloren. Da ist nichts dabei. Es ist nichts dabei. Verstehen, ich weiß, es ist nichts dabei. Das war's. Wer weiß, ich mich dabei. Vielen Dank.